Woltzeg, er ist ein guter Mensch, aber Woltzeg, er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist, er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche. Haha, er ist so dumm, ganz abscheulich dumm. Marie, schön wie die Sünde, kann die Todsünde so schön sein? Sie war doch ein einziger Mädel. Geld? Geld? Wer kein Geld hat? Auf der Welt ist kein Bestand, wir müssen alle sterben. Das ist uns wohl bekannt. Der Mensch ist frei, in dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Wie ist's, Woltzeg? Hat er noch nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden? Hä? Er versteht mich doch. Ein Haar eines Menschen? Hä, Woltzeg? Aber er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie andern. Ja, ja, es ist lieblich und fein, aber alles irdische ist übel. Warum lässt Gott nicht die Sonne aus, dass alles in Unsucht sich übereinander wälzt? Hat er schon seine Erbsen gegessen? Woltzegg? Stich... Stich die Zig-Wolfin' tot? Ich bin gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Mond rot aufgeht, wie ein blutig Eisen. 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 Der Mond rot aufgeht, wie ein blutig Eisen.